Und jetzt, nach diesen Worten, Michael Balmig. Dankeschön, hallo Berlin. Dann beeile ich mich ein bisschen mit meiner Rede. Danke. Ich freue mich heute wieder in Berlin zu sein und es ist schön zu sehen, dass die Vernetzung der Demokraten in Berlin voranschreitet. Weil wir sind Demokraten und das bestätigt inzwischen sogar die Bundesregierung. Es gibt nämlich die Drucksache des Deutschen Bundestages 19-22-083. Das wurde angefragt von den Linken und da war die Frage, an wie vielen und welchen nicht von rechtsextremen Personen oder Vereinigungen organisierte Aufzüge gegen die staatlichen Corona-Eindämmungsmaßnahmen seit März 2020 beteiligten sich welche rechtsextremen Kräfte in welcher Stärke? Und die Antwort ist, es liegen der Bundesregierung allerdings Hinweise vor, dass sich Personen aus dem rechtsextremistischen Spektrum von nicht-extremistischen Organisationen veranstalteten Kundgebungen gegen die Corona-Beschränkungsmaßnahmen beteiligt haben. Dies erfolgte jedoch bezogen auf die Gesamtzahl der Teilnehmer in geringem Umfang. Eine maßgebliche Beeinflussung oder Prägung dieser Veranstaltungen war nicht gegeben. Dann geht es weiter. Ein prägender Einfluss auf die Kritiker der staatlichen Pandemie-Eindämmungsmaßen oder deren Demonstrationen konnte nicht festgestellt werden. Auch die im Nachgang zu derartigen Kundgebungen zu beobachten Versuche, diese Versammlungen propagandistisch für sich zu vereinnahmen, fanden keine erkennbare Resonanz. Insofern resultierte aus den Kundgebungen für die rechtsextremistische Szene bislang keine nennenswerte Anschlussfähigkeit an demokratische Kundgebungsteilnehmer. Herr Sundermeyer, ich habe Sie ja heute gesehen, ich hatte Sie vorhin darauf angesprochen. Vielleicht beim nächsten Interview sprechen wir dann über Inhalte. Die Demo in Berlin am 29.08.2020 war für mich eine neue Erfahrung. Insbesondere das gewalttätige Vorgehen der Polizei Berlin hat mein inneres Bild erschüttert, insbesondere nach den Erfahrungen in anderen Bundesländern. Das Bild der Polizei, dein Freund und Helfer, hat bei mir große Risse erlitten. In Baden-Württemberg ist die Kooperation mit der Polizei stets freundlich und gut. Natürlich gibt es auch die eine oder andere Diskussion, aber das ist ja auch genau das, wofür Querdenken steht. Unterschiedliche Meinungen austauschen und einen Konsens finden. Die Polizei in Baden-Württemberg weiß um das hohe Gut von Grundgesetz Artikel 8, Versammlungsfreiheit und ihre Aufgabe, dieses Grundrecht für die Bürger zu schützen. Und es ist ja bekannt, dass Covid-19 auch die inneren Organe, insbesondere das Herz und das Gehirn, befallen kann. Nach intensiver psychologischer Analyse der Bilder aus Berlin, insbesondere vom 30.08. ist bestätigt, dass das Krankheitsbild sich besonders in einem gesteigerten Aggressionspotenzial gegenüber friedlichen Demonstranten zeigt. Und deshalb ist davon auszugehen, dass diese Polizisten schwer erkrankt sind und sofort in eine 14-tägige häusliche Quarantäne müssen. Und ich bitte auch die Polizeikollegen darum, die erkrankten Kollegen auf die neue Verordnung hinzuweisen und die Einhaltung sicherzustellen. Ja, und jetzt bitte ich euch alle ein bisschen weiter auseinander zu gehen, weil ich vermute mal, dass wir die Maßnahmen noch ein bisschen besser umsetzen müssen. Verteilt euch ein bisschen, ich gehe ganz, ganz nah ans Mikrofon. Ich schreie auch, wenn es sein muss. Verteilt euch einfach, dass wir hier mehr Platz haben. Ja, vielen Dank, Hendrik. So ist es, wenn man Versammlungsleiter ist, dann springen wir eigentlich immer nur zwischen Polizei und Bühne. Ja, ich fahre fort mit dem Michael Blume, der ist ja Antisemitismusbeauftragter im Südwesten. Und der Antisemitismusbeauftragte im Südwesten, Michael Blume, hat gestern wieder einmal einen Artikel veröffentlicht, in dem er uns Antisemitismus vorwirft und seltsame Theorien verbreitet, auch mithilfe der Taz. Gleichzeitig werben Sie für Ihr Buch, ohne dass dies als Werbung gekennzeichnet ist. Herr Blume, lassen Sie bitte endlich diesen Quatsch. Die Theorien, die Sie in Ihrem Artikel verbreiten, ich möchte sie bewusst nicht wiederholen und Ihnen damit nicht noch mehr Raum geben, waren zu keiner Zeit Inhalte einer Demonstration von Querdenken. Meiner Meinung nach sind es gerade Sie, gemeinsam mit der Taz, die antisemitische Theoriten über die Zeitungen verbreiten. Und damit sind Sie auch die wahren Antisemiten. Mit unseren Demonstrationen wirken wir von außen auf das bestehende System. Wie Ihr wisst, habe ich mich als Kandidat zum Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart aufstellen lassen. Damit möchte ich den Versuch unternehmen, auch von innen für Veränderung zu sorgen. Am Mittwoch haben wir unsere erste Wahlveranstaltung gemacht. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass wir beschimpft werden und die Stimmung gereizt sein wird. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich habe mit vielen tollen Menschen gesprochen, die sich noch nicht trauen, ihre Meinung offen zu sagen. Es waren viele Kinder da, die uns von ihrem Schulalltag erzählt haben und die froh waren, dass wir ihnen zugehört und Mut gemacht haben. Und wir haben Petrischalen an unserem Stand, an dem getestet werden kann, wie viele Bakterien sich in den Masken sammeln. Ein Schlüsselmoment war für mich, als ich einer Reporterin vom SWR angeboten habe, den Test durchzuführen. Ihhh, das habe ich schon einmal mit meinem Ehering gemacht und das war furchtbar. Sehen Sie, habe ich gesagt, und all das atmen Sie gerade ein. Und es macht mir Mut und ich möchte euch Mut zusprechen. Wir haben schon sehr, sehr viel erreicht. Und auch wenn die Ergebnisse für jeden noch nicht sichtbar sind. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die die Regierungspropaganda in Frage stellen und anfangen, sich eigenständig zu informieren. Wir sind nämlich so, so viele. Und wenn jeder von uns jeden Tag einen Menschen aufklärt, wird das Konstrukt bald in sich zusammenfallen. Ja, die Bundeskanzlerin hat sich ja diese Woche zur Lage der Nation geäußert und hat wortwörtlich gesagt, es wird insgesamt gesagt, dass wir nach den Reiserückkehrern auch private Feierlichkeiten, egal ob zu Hause oder in öffentlichen Räumen haben, die eine der großen Ursachen von Infektionsausbrüchen sind. Und deshalb ist an dieser Stelle M auch eine Reaktion notwendig. Und wir haben ja jahrelang eine Sprachsoftware entwickelt, das heißt, ich bin auch linguistisch ausgebildet. Und es gibt ein schlechtes stilistisches Mittel, das sich passiv nennt. Das nutzt man immer dann, wenn man Ross und Reiter nicht nennen will. Dazu gibt es dann noch die bekannten Mittel der Verallgemeinerung, Verzerrung und Auslassung. Und die Bundeskanzlerin bedient sich hier gleich zweier Mittel, nämlich erstens passiv und zweitens der Verallgemeinerung. Es wird insgesamt gesagt, also da würde ich jetzt mal die Frage stellen, wer sagt denn das? Und insgesamt Verallgemeinerung. Dazu habe ich die folgende Frage an die Bundeskanzlerin. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie heute da. Wer insbesondere, welche Experten haben das gesagt? Bitte mit Quellenangabe. Und insgesamt habe ich wieder im Duden nachgeschaut. Das heißt ja im Ganzen, alles in allem zusammen. Da würde ich gerne wissen, waren denn alle Bundesländer und auch die Bevölkerung an der Entscheidungsfindung beteiligt? Und die Bundeskanzlerin scheint ja seit letzter Woche auch über hellseherische Fähigkeiten zu verfügen. Sie hat nämlich diese Woche vor apokalyptischen 19.200 Neuinfektionen pro Tag gewarnt. Da würde mich interessieren, wie kommt diese Zahl zustande? Warum nicht 18.300, 8.377 oder 53? Und falls hier Abgeordnete unter uns sind, möchte ich Sie bitten, eine kleine Anfrage zur Ermittlung der Zahl zu stellen. Ich habe mir aber die Mühe gemacht, mal auf einer evidenzbasierten Basis zu arbeiten und habe mir die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen und der Menschen in Kurzarbeit angesehen. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich gegenüber dem Vorjahr im September um 613.000 erhöht. Das sind auf sechs Monate bezogen, seit Beginn der Pandemie, 3.405 Menschen pro Tag, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr eigenständig bestreiten können. Und die Zahl der Menschen in Kurzarbeit beträgt Stand Juli, aktuelle Zahlen sind auf der Herbstseite der Arbeitsagentur nicht verfügbar, 4,24 Millionen. Das sind auf den Zeitraum von fünf Monaten gerechnet 22.226 Menschen pro Tag, die ihr im Grundgesetz garantiertes Recht auf freie Berufsausübung nicht mehr ausüben können. Und zusammengefasst sind es 31.671 Menschen pro Tag, die durch die überzogenen Maßnahmen der Bundesregierung direkt in ihren Arbeitsleben betroffen sind. Und wie viele aus der Kurzarbeit in die Erwerbstätigkeit zurückkehren können oder arbeitslos werden, das steht noch in den Sternen. Und dafür, Frau Merkel, Herr Spahn und alle Landesregierungen, dafür sind sie direkt verantwortlich. Ich rufe deshalb alle knapp fünf Millionen Betroffenen zu, demonstriert mit uns, lasst euch das nicht länger gefallen. Die nächste Demo ist in Leipzig am 7.11., also die nächste große Demo von Querdenken 7.11, gemeinsam veranstaltet mit Querdenken 341 Leipzig. Und die Leipziger waren mir so nett, ein Auszug aus dem Buch, Demontagebuch zu schicken. Auch am Montag, 6.11.1989, war das Leipziger Stadtzentrum wie der Schauplatz einer Massendemonstration der wohl machtvollsten bisher, an der trotz Dauerregen mehrere hunderttausend Menschen teilnahmen. Wenige Wochen später war das SED-Regime Geschichte. Nur der Entschlossenheit und dem Mut der Bürger der DDR ist dieser Sieg zu verdanken. Bürger, die vor einigen Wochen den Entschluss gefasst haben, für Mitbestimmung und ein Ende der SED zu demonstrieren. Zitat Ende. Sie haben, trotz erheblichem Gegenwind, Verhaftungen, riesigem Polizeiaufgebot, Diffamierung durch die Presse und vieles mehr, es geschafft. Sie gingen friedlich, aber bestimmt auf die Straße. Und der Nils Wehner von Querdenken Leipzig hat es ja miterlebt. Und ich darf euch schöne Grüße von ihm sagen und mit folgenden Worten euch einladen. Am gleichen Ort, nur 31 Jahre später, wollen wir genau das wieder tun. Wir werden 14 Uhr bis 16.30 Uhr eine Kundgebung in Leipzig machen. Und anschließend werden wir genau wie 1989 über den Innenstadtring zum Augustusplatz laufen, mit Kerzen in der Hand. Bitte rufe ganz Deutschland dazu auf, dies ist ein historischer Ort, Geschichte wiederholt sich, wenn wir es gemeinsam tun. Ja, und ich hatte ja auch noch gesagt, wir kommen dieses Jahr noch einmal nach Berlin. Deshalb möchte ich euch gerne eine Pressemitteilung vorlesen, die jetzt auch gerade schon in die Presse geht. Demo am 31.12. in Berlin. Willkommen 2021, das Jahr der Freiheit und des Friedens. Das Datum der nächsten großen Demonstration von Querdenken 7.11 in Berlin steht fest. Michael Ballweg, Gründer der Initiative Querdenken 7.11, hat in seiner heutigen Rede in Berlin bekannt gegeben, dass er eine Demonstration für den 31.12.2020 in Berlin angemeldet hat. Die Demonstration soll analog zu den Demonstrationen am 1.8. und 29.8. auf der Straße des 17. Juni stattfinden. Überraschend war für uns die Antwort der Polizei Berlin. Sie haben für den 31.12.2020 eine Kundgebung auf der Straße des 17. Juni in der Zeit von 15.30 Uhr bis 1 Uhr angemeldet. Aufgrund der alljährlichen Silvesterfeierlichkeiten und der damit verbundenen Sondernutzungsrechte des Veranstalters steht die von Ihnen gewünschte Örtlichkeit nicht zur Verfügung. Dies betrifft den gesamten Bereich unter den Linden, Pariser Platz, Platz des 18. März, Ebertstraße, Straße des 17. Juni bis zum S-Bahnhof Tiergarten und den gesamten Bereich des Regierungsviertels. Da war ich echt beeindruckt und habe gesagt, offensichtlich plant die Stadt Berlin eine noch größere Silvesterfeier als bisher. Und das trotz Pandemie. Die von der Polizei kommunizierte Fläche beträgt geschätzt 333.000 Quadratmeter. Und dafür bedankt sich Querdenken 711 herzlichst beim Regierenden Bürgermeister Michael Müller und noch Innensenator Andreas Geisel. Und auch für die Veranstaltungsbranche Alarmstufe Rot ist dies ein guter Tag. Wir hoffen, dass andere Städte dem Beispiel von Berlin folgen. Und leider sind die Informationen noch nicht an die SIB Silvester in Berlin Veranstaltung GmbH kommuniziert. Auf der Webseite Berlin-Sylvester heißt es noch, 1,5 Kilometer auf der Straße des 17. Juni vom Brandenburger Tor bis zum kleinen Stern erstreckt sich die Partyzone für das grandiose Silvester-Spektakel. Ca. 100 Meter vor der Siegessäule endet die Party. Also die Siegessäule müsste frei sein. Aber das Programm klingt derweil vielversprechend. Live-Musik und Open-End-Disco, Höhenfeuerwerk und Lasershow, eine Spaßmeile mit Riesenrad, Essen und Trinken auf der Partymeile und sogar eine Live-Übertragung, um die wir uns nicht kümmern müssen. Es ist für alles gesorgt. Und an dieser Stelle möchten wir die Stadt Berlin daran erinnern, dass die in der derzeitigen Corona-Eigenermächtigung enthaltene Formulierung nicht zu dem Event passt. Da steht nämlich vom 1. September bis zum Ablauf des 31. September 2020 sind Veranstaltungen im Freien mit mehr als 5000 zeitgleich Anwesenden verboten. Und die ausgewiesene Fläche von 333.000 Quadratmetern bietet Platz für 53.280 Teilnehmer. Und deshalb bitte ich die Stadt Berlin, die Corona-Verordnung entsprechend anzupassen, dass diese zum Beispiel am 30.12. ändert, damit die Silvesterfeierlichkeiten stattfinden können. Ja, und Querdenken hat ein neues Hygienekonzept entwickelt. Ich habe es ja letzte Woche in Köln vorgestellt, um die Demonstration noch sicherer zu machen. DHB plus AH2 doppelt hält besser, DHB. Also wir fordern in Zukunft doppelte Maskenpflicht, weil mehrstufige Filtersysteme funktionieren besser als einstufige. Wir arbeiten natürlich mit einer Kopfbedeckungspflicht sowie einer Handbedeckungspflicht. Und zusätzlich planen wir natürlich bei der Flächenbenutzung nach dem Prinzip doppelter Mindestabstand AH2. Und damit ergibt sich dann ein Planbedarf von 14,8 Quadratmeter je Teilnehmer. Und so oder so, Querdenken 711 ruft alle Initiativen bundes- und europaweit auf, sich am 31.12.2020 in Berlin an den Feierlichkeiten für das Jahr 2021 zu beteiligen. Und falls die Stadt Berlin keine Veranstaltung durchführt, werden wir unsere Versammlung Willkommen 2021 das Jahr der Freiheit und des Friedens auf Basis Grundgesetz Artikel 8 durchführen. Ich hatte ja auch in meiner letzten Rede angeregt, Schneekanonen mit Desinfektionsmitteln anzureichern und so für eine innerstädtische Desinfektionsbeschneiung zu nutzen. Und ich kann heute schon versprechen, wir bringen eine Schneekanone mit. Und ich sehe das Bild einer großen Schneeballschlacht auf der Straße des 17. Juni nicht gegen, sondern gemeinsam mit der Polizei. Ich höre Kinder lachen und jauchzen und sehe die große Freude, die wir alle an diesem Spektakel haben. Bitte bucht möglichst bald euer Hotel und ich gehe davon aus, dass auch am 01.01.2021 Versammlungen stattfinden. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich hier zu sein und wir werden am 31.12. wieder hier sein. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.